Boots! Feinde eliminiert. Das war leicht. Hä? War das schon alles? Ah! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Bergmann Zockt. Es ist die fünfte Folge Rainbow Six Siege. Und wir starten gleich. Wir fangen gleich an, weil ich habe euch die letzte Folge ja so derart damit genervt und gestriezt. Da musste der einiges aushalten. Also Hut ab für alle, die sich jetzt diese fünfte Folge überhaupt noch angucken. Und deswegen mache ich... Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache es jetzt einfach im ersten Versuch. Zack! Headshot, Headshot, Headshot. Und dann marschieren wir da einfach ganz locker rein, holen die Geisel, hauen wieder ab und dann können wir das nächste Level probieren. Das wird wahrscheinlich ja sowieso schwerer werden als alle anderen vorherigen. Und da werden wir wahrscheinlich sowieso genügend Vorlaufzeit brauchen. Also ich würde sagen, es startet schon mal gut. Hat er mich schon entdeckt? Solange die mich nicht treffen, ja, können die ja ruhig ihre Munition verballern. Lass er mich treffen, ja. Ich habe wahrscheinlich keinen Bock drauf. Das ist schon mal gut. Weil mit 100 Lebenspunkten muss ich natürlich so weit kommen wie möglich. Also mit voller Kraft. Scheiße, der hat mich erwischt. 77, okay. Genau, kein Sichtkontakt, weil du erstmal halb blind bist. Du kommst jetzt dabei raus, weil wir haben keine Zeit. Meine Zuschauer warten hier schließlich, dass wir endlich mal vorankommen. Und ich werde hier nicht reinlatschen. Ja, bam! Jetzt habe ich ihn endlich mal weg... ...gesemmelt, den Sack. Scheiße, der hat mich auch erwischt. 54, okay. So, wir sind im Haus. Erstmal das Visier hochklappen. Achso, ich habe vergessen, meine Uhr neu einzustellen. Ich muss ja immer ein bisschen mitstoppen, weil sonst läuft es hier vollkommen blind. Und dann machen wir irgendwann mal eine Zwei-Stunden-Folge und ich merke es gar nicht. Das können wir natürlich auch nicht bringen. So, ich habe einen neuen Plan. Ich will mich nämlich jetzt von außen an der Fassade in diesen letzten Raum rein abseilen. Oder wie wir das auf korrektem Deutsch hätte sagen... ...gesagt hätten müssten. Das wäre schon wieder Blödsinn, ich weiß. Nein, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ich will mich jetzt von außen... Ich will jetzt mal... Muss ich überhaupt rein? Moment, ich muss jetzt halt nochmal gucken. Da ist der Raum, genau. Ich will mich jetzt hier hochseilen erstmal. Also mit dem Seil hoch. Hallo. Und dann will ich am Fenster entlang. So wie wir das bei dem Bombenentschärfungs-Dingbom gemacht haben. Bei dem Level. Und also will ich mich jetzt hier von außen an der Fassade entlang runterhangeln. Und dann durchs Fenster mache ich sie alle Platz. Aber da will ich ja ganz breit nicht so etwas lassen. Das ist eigentlich, wenn ich gerade hindern kann. Okay, erstmal so ein kleiner Lage-Check. So, das war schon mal gut. Jetzt könnten wir eine Granate nehmen. Ist auch gut. Sind die... Sind die Arschgeigen. Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Es war so klar. Ja. Nice. Ich habe irgendwie... Jetzt werde ich das Gefühl nicht los. Da drüben. Ah, Stacheldraht. Ich glaube, der macht zwar keinen Schaden, aber... Nein. Ich habe es gewusst. Ja. So ist auch okay. So. Und jetzt habe ich das Gefühl... Habe ich sie alle? Ich muss jetzt erstmal gucken. Das Stacheldraht. Hallo, ähm... Oh, 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 oh. Da kommt sie. Kommt da jemand? Ah, guck mal. Der ist denn da. Der wimmert? Okay. Da ist doch... Hallo? Ach ja. Da war ja noch was. Komm. 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 Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. So sieht es aus. So. Ich lade jetzt hier mal schnell die Munition nach. Ich bin total angespannt, falls ihr das merkt, weil ich habe keinen Bock, schon wieder eine Folge zu machen, wo es rein ausschließlich... Jetzt aber! So, komm Geisli. Wir haben die Geisel. Das müssen wir jetzt scharfen. Eskortieren. Wir haben die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Ja, komm. Was? Runter! So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Schnell hangen. Evakuierung. Okay. Boah, Leute. Das muss jetzt klappen. Da darf jetzt nichts mehr passieren. Da ist doch schon einer. Ha! Das ging ja leicht. Das ging ja leicht. 35 Punkte. Ah, da ist einer. Okay, Wut, mir kann ich nicht wissen, wo er ist. Ich setze mich jetzt erstmal hin. Wo ist er? Ich sitze ein bisschen sneaken. Wo bist du? Was? Wieso, wieso klappt das nicht? Hatte ich nicht eben schon die Granaten verbraucht? Bäm! Weg ist er. Wo muss ich hin? Da hinten. Komm, steh mal auf und renn mal ein bisschen. Nee, ich muss aufpassen. Da unten ist es. Ja, das ist schon ein Trick. Ich kenne euch, ja? Ihr seid... Was ist, wenn ich jetzt einfach hinrenne? 17 Meter, Freunde. Schaffen wir das? Oder verrecken wir dann elendig? Erstmal nachladen. In der Seite. Gucken, ob von hinten einer kommt. Wo ist die Geisel? Die Geisel ist weg. Komm, wir rennen. Los, 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 los. Das war's. Booyah! So sieht's nämlich aus, Freunde. Bäm! So sieht's aus, Kollegen. Nice one! Ach, richtig geil. Richtig geil. Wir haben noch neun Minuten auf der Uhr für diese Folge. Und jetzt kommt die nächste Situation. Okay, jetzt bin ich gespannt. Personenschutz. Ich würde den Klapp halten. Geisel-Schutz ist eine essentielle Fähigkeit. Du musst Deckung suchen und die Position gegen angreifende Feinde sichern, um die Geisel zu beschützen. Du setzt ein SAS-Mitglied ein. Smoke ist mit einer ferngezündeten Gasgranate ausgerüstet. Zwinge Feinde zu einem Bodenangriff, indem du Sichtlinien blockierst und sie daran hinderst, die Geisel aus der Ferne anzusehen. Erhalte einen taktischen Vorteil. Erzeuge Endpässe und schalte Feinde auf dem Weg zu deiner Position. Geil! Smokes ferngezündete Gasgranaten sind eine effektive Abschreckung, um Feinde fernzuhalten. Okay. Wenn ich's richtig verstanden habe, muss ich jetzt hier in einem Raum... ...die Geisel... ...die Geisel sichern. Jetzt müssen wir erstmal hier die Türen zumachen, da, ne? Warte mal, das machen wir jetzt auch mal. Wo ist denn die Rauchgranate? Da. Schmeißen wir mal den. Ich glaub, das war ne Scheißidee. Das hätte nämlich die andere Granate sein sollen, wie der das im Video gezeigt hat. Oh, da läuft die Uhr oben ab! Ich hab nur noch 20 Sekunden. Äh, gibt's hier noch mehr Eingänge? Was ist hier? Können wir die Tür zumachen? Ah ja, hier, genau. Wie kann ich denn jetzt... Ah, ne, das ist er glaub ich nicht. Ne, das waren sie nicht. Okay, drei Sekunden, ich muss jetzt jetzt schon mal zumachen. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Okay. Das heißt... Äh, 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 äh... Okay, ich finde... Die brechen jetzt hier gleich... Ne, das ist scheiße. Die brechen jetzt gleich irgendwo ein hier. Ich setz mich jetzt mal hier hin. Jetzt kommen die gleich, oder was? Wie kann ich denn die anderen Granaten auswählen? Ach, da, da unten blinkt's jetzt. Ja, bei R1. Blinkt's jetzt. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich jetzt draufdrücken und dann sehen die nix mehr. Aber das ist ja Quatsch. Weil dann können die... Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt. Die Gegner sind mit Feinde. Bleibt Wasser. Drei Feinde sind übrig. Komm, 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 komm. Einer. Wo ist er? Boots! Feinde eliminiert. Das war leicht. Hä? Was ist denn alles? Ah! Scheiße, jetzt muss ich ja... Jetzt muss ich das alles wieder zumachen, oder was? Ja, klar. Ah, das sind drei Wellen. Okay, ich hab... Ach, verstanden. Das sind drei Angriffswellen, sozusagen. Ich hätte jetzt aber immer noch gerne gewusst, wie ich die andere Waffe da, die andere Granate auswählen kann. Weil das eine kann ich werfen. Wo sind die reingekommen? Hier. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichert. Uh, scheiße, scheiße, scheiße. Mach zu, 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 Junge. Okay. Ähm, wie kann ich die andere Granate auswählen? Soll ich jetzt einfach dasselbe wieder machen? Ich könnte jetzt auf R1 drücken. Aber wie kann ich die andere Granate auswählen? Verdammte Axt. Kann ich jetzt mal hinsetzen? Ah, nicht, warte mal. Ich muss... Ach so. Da hinten sind sie rein. Ich hab keine Granaten mehr. Ich glaub's nicht. Wie soll ich das schaffen? Fuck! Drei Feinde sind übrig. Oh, fuck! Los, Bewegung! Stell, such die Deckung! Ich brauche Hilfe hier! Los, Bewegung! Die Geisel haben die Geisel ausgeschaltet. Ausgeschaltet? Wie oft musst du denn nachladen? So, was muss ich machen? Gedrückt halt... Uh, 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 uh! Werd wach! So, jetzt müssen wir erstmal hier die Tür zu machen. Scheiße, 39 Klängepunkte. Das ist der letzte Angriffswelle. Das müssen wir jetzt packen. Jetzt drückt doch auch mal die Daumen, verdammt. Oh, scheiße, ich muss da drüben auch noch... Äh, wo haben die denn überall noch Löcher rein? Da haben sie nur, äh, Käse draus gemacht. Hier ist noch alles zu. Okay, okay. Das ist ja schon mal gut. Ach, dann machen wir jetzt einfach hier auch... Feindlicher Angriff. Kampfbereit machen. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wird nix. Nie im Leben. Uiuiuiuiui. Ach, ich hätte meine Munition auffüllen müssen. Da hätte ich die anderen Granaten gekriegt, wahrscheinlich. Also, das ist ja... Nein, jetzt gleich noch irgendwo eine Wand drauf. Dann kommen sie von zwei Seiten, dann habe ich richtig gegrüßt. Jetzt komm doch mal! Die Gegner sind leise entdeckt. Hä? Drei Gegner sind leise. lad doch mal schnell danach habe ich nur drei schuss oder was jedes mal verdammt hat er auch noch ein schild was ist okay aber das ist eine relativ einfache finde ich jetzt relativ einfach ich werde jetzt einfach beim nächsten mal weil die folge ist jetzt zu ende scheiße das ärgert mich jetzt noch mehr man so kurz vorm ende jedes mal aber das ist ein schöner cliffhanger da müsst ihr nämlich das nächste mal einschalten immer dienstags donnerstags kommt rainbow six siege ihr müsst jetzt dabei bleiben ich leute ich bin so aufgeregt gerade ich war so kurz davor dieses scheiß level einfach mal so im zweiten versuch zu schaffen aber jetzt weiß ich um was es geht es gibt drei angriffswellen mit jeweils 456 typen keine ahnung und auf jeden fall hätte ich noch mal nach der zweiten angriffswelle muss ich auf jeden fall noch mal mein inventar also meine ganze munition auffüllen dann habe ich auch wieder granaten und so weiter und so fort und dann muss ich jetzt einfach mal checken der typ hat doch im vorspann mit einem handy fernzünder gemacht ich will wissen wie man das team auswählen kann das muss ich jetzt auch noch mal abchecken das werde ich jetzt auch gleich noch mal machen bevor die nächste folge kommt habe ich das rausgefunden auf jeden fall wenn es euch gefallen hat ich freue mich dass ihr da wart wenn es euch gefallen hat lassen daumen hoch da wenn ihr mehr davon sehen wollt abonniert mich einfach jeden dienstag jeden donnerstag wie gesagt um 17 uhr gibt's rainbow six siege und wenn ihr bock habt ein bisschen vlogs zu gucken wie mein leben immer so abläuft dann schaut sonntags ab 18 uhr immer bergmannswoche ja ich würde mich freuen wenn das nächste mal dabei seid ich freue mich auf euch und bis dahin sage ich tschüss ciao euer bergmannswoche ja ich bin